Yamada ist 15 und Jungfrau. Sobald sie Oberschülerin ist, hat sie nur ein Ziel. Nämlich... Wenn ich endlich Oberschülerin bin, will ich mit wenigstens 100 Jungs schlafen. Schwesterlein, willst du es nicht erstmal nur mit einem Jungen versuchen? Was für ein uninteressantes Gesicht. Total reizlos und kein bisschen männlich. Das könnte total gut passen. Was für so einen Langweiler interessierst du dich? Was geht nur in deinem schönen Kröpfchen vor? Freu dich, Takashi. Du bist der Auserwählte. Du bist der erste Mann von vielen, die ich verglöcken werde. Meine Rüstungsunterwäsche ist dieser Tanga. Außerdem habe ich ein paar verführerische Posen gelernt. Du hast vielleicht immer die perfekten Pläne, aber wie du sie umsetzt, ist echt super fragwürdig, Schwesterchen. Können wir uns dein Buch teilen? Hat man's vergessen? Na klar doch. Ja, du! Lass mal sofort dein Buch überwachsen. Was ist denn mit dir los? Na hoppla. Will sie mich vielleicht auch töten?